Forever Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video Freunde Herzlich willkommen zur zweiten Folge der Exit Serie Heute geht es gegen den Dominik oder David David oder Dominik Ich muss mal nachgucken Kann es sein dass du dumm bist oder sowas? Haha, gegen David natürlich Grüß dich auch mein Lieber Ihr solltet das Prinzip schon kennen Wenn ihr es nicht kennt dann guckt euch auf jeden Fall das Infovideo an Oder das erste Video Dann wisst ihr Bescheid Auf jeden Fall wieder hier in diesem Video Hashtag Exit in die Kommentare Ich habe das jetzt schon gemacht mit dem Generator Ein Name ist schon zweimal dabei Also wow Hut ab Wichtig ist, dass ihr Abonnent von FIFA Tour und von mir seid Und ich hoffe auch, dass ihr mir by the way ein Feedback gebt Oder den Daumen nach oben Support ist kein Mord, ihr wisst Bescheid Freunde Ich bin glaube ich seit 4 oder 5 Minuten zu Hause Direkt von der Arbeit, weil ich danach noch eine Aufnahme habe Das heißt Es könnte sein, dass ich verlieren werde Trotzdem, es geht hier um euch Es ist ein Gewinnspiel für euch Für Dennis Und deswegen ist mir das persönliche Ergebnis nicht so wichtig Wichtiger sind mir die Tore, die geschossen werden Die Menge Und ja, ich lade ihn jetzt ein meine Freunde Let's go So, hier ist er David mit die Portugiesen Let's go Schauen wir mal sein Team Okay Pinky Smoling Footy Butland Ali Sterling Oh Sterling Okay Kane Bill Wow Okay Leute Das wird eine schwere Angelegenheit werden Aber Ich hoffe, ich hoffe, Pato in Kooperation mit Bruder El Bruderli El Bruderli Charavi Bescheid uns eine Menge Euros für die Exit Folge Nochmal Jeder 1,0 Es soll hashtag Exit in die Kommentare spammen Deniz FIFA Tour Auf jeden Fall Ähm Abonnieren Gute Besserung nochmal, Brudi Alles, alles Gute der Welt Und Let's go Alles für Deniz und Bruderlieb, runter, rauf, runter, schön, Tor, nein, doch, oh mein Gott, das Tor war wunderschön, GG, richtig geil rausgespielt, Bruderlieb und Hazard und Son, der Nutznießer, 1 Euro, Freunde, 7 Euro ist, glaube ich, der Gesamtpot im Moment, sehr geil, so kann es weitergehen, ich gönne euch jeden einzelnen Euro, natürlich, müsst ihr auch verstehen, dass das fair erspielt werden muss, oh shit, shit, no, wow, das Problem ist, es ist wirklich echt lecky, also man kann wirklich kaum was Gutes da machen, wow, what a pass, und jetzt Hazard, let's go, let's go, wir gönnen Bruderlieb das Tor, nein, Bruderlieb, fuck, scheiße, der Brunner hat einen Schuss in der Birne, die Lecks sind so erbärmlich, es leckt so mörderisch, unglaublich, man, 1 zu 1, aber trotzdem 2 Euro, 8 Euro insgesamt, dennoch, ich bin unzufrieden, weil es einfach so komische Lecks sind, so, jetzt aber, komm, Bruderlie, Bruderlie, nein, MacGibby Spin, 2 zu 1, 3 Euro, aber trotzdem, die Internetleitung, das ist Katastrophe, ganz ehrlich, ja, El Sharabi, 2 zu 2, jedes Spiel trifft er, unglaublich einfach der Typ, einfach heftig, trotz allem, nochmal, ich bin so unzufrieden, diese Internetleitung bringt mich zu Weißglut, fuck, nach 2 Spielen ist der Pot 10 Euro, Leute, da kann einiges rauskommen, wow, superschön, super, das gibt's nicht, so sind GG, macht er richtig gut, das möchte ich natürlich nicht nicht gesagt haben, sagen wir so, let's go, ja, ne, sehr gut, jetzt aber, nein, es war nicht, ich wusste nicht, ich hab den gar nicht gesehen, 3 zu 2, ob man das jetzt verdient sieht oder nicht, ist relativ, ich mach das alles für Dennis, 5 Euro sind jetzt 11 Euro, Leute, richtig geil, haha, fuck die Shit, scheiße, Mann, es ist immer dasselbe, GG, ich hab verloren, auf jeden Fall 5 Euro sind im Pot, beziehungsweise insgesamt jetzt 11 Euro, hat er gut gemacht, trotz allem, ja, ich will keine Ausreden suchen, Internetleitung, dies, das, pipapo, ihr kennt das ja, wenn sich das Gameplay-Delayed anfühlt, so war es für mich, aber alles kein Hals- und Beinbruch, das ist ja nicht bestraft im Parto, bei bestraft im Parto wäre ich jetzt wahrscheinlich vom Fenster runtergesprungen, haha, auf jeden Fall, gebt den Daumen nach oben, nicht vergessen, Hashtag Exit in die Kommentare zu posten, der Generator, holt wieder 5 Leute raus, natürlich müsst ihr Abonnent von mir und von Dennis FIFA Tour sein, ich verabschiede mich, meine Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, einen Daumen nach oben, schönen Tag noch, ciao, bye, bye, ciao.